So, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Um was geht es heute? Es geht zwar auch wieder um die Corona-Krise, aber was kann man dagegen tun, dass man eventuell der Schaden nicht ganz so groß ist? Also alle Fotofreunde, die mit Adobe arbeiten, ihr geht auf euren Adobe-Account, auf euren Konto, das Paket, was ihr gebucht habt und klickt auf Kündigen. Geht dann bis zum dritten Punkt und dann kriegt ihr 60 Tage lang Adobe kostenlos. Also es ist echt cool von Adobe, dass sie das anbieten. 60 Tage kostenlos. Also auf euer Paket gehen, auf Kündigen drücken und bis zum dritten Punkt gehen und da könnt ihr aussuchen, 60 Tage kostenlos weitermachen. Mit Premiere geht das ähnlich, da habe ich aber jetzt nicht gefunden, dass es kostenlos ist, sondern ihr kriegt einen Rabatt. Ich bezahle 23 Euro und jetzt bezahle ich 19 Euro noch was, irgendwas. Also, ich kann es euch echt nur empfehlen. Schaut mal drauf. Wir müssen alle gucken, wo wir bleiben. Wenn Adobe das von sich aus anbietet, dann sollte man das vielleicht auch in Anspruch nehmen. Das war die wichtige Information erstmal direkt vorweg. Ja, ich bin heute mal hier draußen, möchte mal eine andere Location haben im Video, weil nicht immer nur das selbe, immer ein Büro, Auto oder sonst irgendwas. Nein, ich nehme die wunderschöne Natur, die ist cool. Was mache ich hier gerade draußen? Und zwar meine Kinder sind da hinten gerade auf dem Reiterplatz. Ich hole die jetzt gleich ab. Ich bin nicht auf dem Reiterhof, dass man nicht so mit den ganzen Leuten hier in Kontakt kommt. Und ja, also, let's go. Ich gebe nicht auf. Corona reißt mich nicht nieder. Wir finden einen Weg und wir werden uns alle neu erfinden müssen. Und gebt einfach Gas. Und einen ganz wichtigen Punkt, bleibt zu Hause. Versucht es wirklich. Geht nicht weg, wenn es irgendwie sein muss. Das Reiten wird wahrscheinlich auch jetzt das letzte Mal hier sein. Da müssen wir mal schauen, wie es hier weitergeht. Wird ja jetzt auch eingegrenzt. Ich sage Gott sei Dank. Ich bin aber auch ehrlich gesagt auch dafür, wenn endlich die Ausgangssperre kommt. Von mir aus kann sie kommen. Das ist, finde ich, sehr, sehr gut, um das Problem in den Griff zu kriegen. Alles klar. Bleibt gesund. Wir sehen uns. Tschüss.